Was für manche wie Elektronik scharf sein muss, ist das hier für Elle. HelloFresh! HelloFresh! So weit, warum er sie macht. Oh ne kleine Chili. Fleisch, Lachs. Was ist das? Was ist das? Elle? Was ist das? Elle? Es ist immer geiles Wetter. Ich liebe Sydney, wirklich. Du gehst aus der Tür und es ist geiles Wetter. Ich liebe es. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es ist kurz vor Winter. Es ist hier eigentlich tiefster Herbst. Und es ist geiles Wetter. Ich finde es schon geil. Okay. Es ist Natur. Also, was von der Natur kam, kann auch wieder in die Natur. Jetzt kommen wir noch zu einer weiteren Attraktion. Das ist eine Besonderheit hier in Australien. Ich wollte eigentlich mal eine Top-Ten-Liste machen. Das ist Bowling. Outside Bowling. Was man im Hintergrund, Karl, wie sieht, ich werde es gleich nochmal genauer zeigen, ist, Leute bowlen auf Rasen. Wir buhlen bloß mit größeren Kugeln, wie Kegelkugeln. Und man rollt sie einfach auf dem Rasen, aber man wirft auch nicht Kegel um. Sondern man versucht, wie beim Buhlen, näher dran zu sein an was ich noch nicht herausgefunden habe. An einem Ball oder an irgendwas. Das ist so cool, dass man so einen Spaziergang einfach von zu Hause aus machen kann. Also, man muss nirgendwo hinfahren und es ist so schön und grün und exotisch. Montag am Strand. Und die Leute gehen warten, die Sonne scheint und es ist super warm. Geil. Geil, geil, geil. Exklusiv. Heute. Hier. Aus unserem zukünftigen Zimmer. Aus unserem zukünftigen Zimmern. Aus unserem zukünftigen Zimmern. Haus auch. Mit Mitbewohnern, aber gerade ohne. Sie sind noch die alten Mieter, sozusagen, sind hier noch drin. Sonst noch etwas zu lösen. Bis später. Gut. Ach delegation. Geil. V ochtale. dividends vào nosotros, weil wir Vijay sind. Akt Wy funky, es sind superficie hoch inherent. Vielen Dank.